Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play League of Legends. So Leute, wir spielen heute 5 vs. 5 Ranked. Und wen haben wir alle dabei? Wir haben eine Shati dabei, die Sorak gespielt. Shati, sag Hallo. Oder auch nicht. Ja, eine Martin haben wir, der den Skana spielt. Kennt ihr schon aus der anderen Let's Play Episode. Oder, ähm, wen haben wir dann noch dabei? Den Markus mit dem Graves. Und, äh, ja, den Brookie, der spielt den Vega in der Mitte. Hallo. Ja, und jetzt könnt ihr nochmal wieder weiterreden, also. Ja. Was haben die eigentlich so? Shati, kommst du? Ich hab das Snack. Ich dachte, ich garde den Red Mode. Nein, wer weiß, was die auch führen, die Franzosen. Mhm. Unsere netten französischen Mitspieler, meint ich. Ja, ja. Rage, rage. Ich habe ein bisschen Angst wegen dem Jace, aber... Mal schauen. Schau, Mädels, ich habe aber noch immer einen Hundertzwanziger. Pass auf, wie du gehst. Vorhin hast du den Jace noch gewünscht? Ich habe noch immer einen Hundertzwanziger Ping. Ja, hast du ein Mikro-Lags oder nicht? Na, überhaupt, ein Mikro nicht, nur im Spiel habe ich. Okay. Fett, zwei Meter da. Äh, vielleicht geht's wieder mit der Zeit, äh, weg noch. Ja, ich glaube, das würde auch sein wegen UPC. Ja, wenn's wieder stimmt wird, dann ziehen wir uns halt zurück und warten so ab. Ja, okay. Ja, so angst ich 300, geht 120, okay. Dann gehen wir zu, äh, Botlane zurück, na? Ja, und, und wir tun da jetzt schon ein bisschen... Geht's ja gar nicht aus. Doch, es geht's ja aus. Nein, doch nicht. Doch, 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 doch. Das passt schon. Boah, ich hatte jetzt schon Angst, dass der Pluki den Wolf Eck stiehlt. Ja, das mache ich jedes Mal. Der letzte Mal hat er schon aufgeführt, das war ganz böse. Ne, wenn er es nicht gemacht, mache ich's. Aber ich nehme nur den Großen, keine Sorge. Ja, die kleinen will ich gar nicht. Die kleinen will ich gar nicht. Das ist der beste Start. Der beste Start. Oh, du wirst beim Blue anfangen, ne? Das heißt... Okay, es ist Chase. Soll ich, soll ich gleich einen, einen, einen Early Gang gemacht, Top? Nein. Zahlt sich nicht aus. Vor Level 4 bin ich eh recht schwach, also. Stimmt. Oh, der Chase hat auch gleich ein Ward gekauft. Also lass ich doch hin. Sag halt, wenn er den Ward gesetzt hat und dann tun wir richtig. Uh, da, da, da ist ja gleich unten, da. Der Early, hm? Ja. Mit des wieder da. Der Early Gang macht's. Naja, aber das, was Ignite ist raus, aber von wem? Moment, von Astrid nehm ich an. Ja. Also Astrid hat seine Ignite rausgekauft und... Hat sie ihm das bracht oder eh nicht wirklich? No, no. Ja, Top ist recht problematisch. Ja, ich hab gesagt, wenn ich Level 4... Oh, da ist der Ule, da ist der Ule, der Ule ist bei uns. Ule ist da, kommt's, kommt's her. Ja. Oh Gott, der macht, der macht, oh nicht Early Gang. Oh Gott, Flush dich weg, Flush dich weg, Flush dich weg. Ach, oh nicht Early. Ah, der ist jetzt zum Red Grand, der ist jetzt nicht zum Red Grand. Oh, das ist ein Biss. Und sich heilen, Schat, bitte. Ist ja ganz toll. Okay. Fits more luck, please. Kommt sie mit zum Red schauen, ob er dort ist? Ja. Ich verteidige da noch. Acht Sekunden Stun. Ja, da ist er, da ist er. Ja, da machen wir Red. Ja, da machen wir Red. Das ist nice, nice, sehr nice. Wozu ich die Knei draushau. Wo wurde Udo als letztes gesehen? Der ist gerade gestorben. Wir haben ihn gerade am Red getötet. Der ist gerade gestorben. Der ist gerade gestorben. Der ist gerade gestorben. Das heißt 708. Wer hat denn gerade noch mehr geordert? Buche? Bleibst du damit! Bleibst du mit? Bleibst du? Du gibst ihr noch irgendwelche pastelen? Ich renne dann rein. Ich will ein bisschen baiten, wenn er das wieder macht. Nein, das sind Stunnen, das ist ja das Wichtigste eigentlich. Passt! Oh Gott, renn weg! Passt! Gott, nein! Warum rett er nicht? Oh, das war ein Fail von mir. Mist, er ist bei den Minions stehen geblieben. Super. Mist, das ist ein Totwesen. Sorry. Aufpassen, Udyr, Udyr kommt gerade drauf. Kommt top? Ja, er ist unterwegs in die Richtung. Genau, ich habe nicht genug Leben. Gut, ich gehe jetzt auf jeden Fall mit top. Fizz geht base. Ja, passt. Ja, sicher. Ah, das war jetzt ein Schecht. Fizz hat schon ein Level, oh Gott. Ja, jetzt ist er ewege Trunch in Farmen. Conor, du gewinnst top of A von den Minions hier auf jeden Fall. Ja, noch. So, ich komme jetzt. Achtung. Aber er scheint eher ein Ward, weil er rennt weg. Ja, ja, der hat hier in einem Ward gesetzt. Oh, schau, schau, schau. Da ist der Dings hier auch nicht ganz rein. Sehr vorsichtig, sehr vorsichtig. Ja. Komm schon, komm schon. Ja, passt. Weg, 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 weg. Passt schon, nice. Oh, der Fizz ist auch da, aber er geht zurück, Achtung. Ah, ich werde mich gleich. Fizz kann jetzt kommen. Fizz kann es gerade um dir kommen. Ja, ich gehe zurück, ja. Ich brauche sowieso zwei Watts. Kommt der Fizz gleich. Geh dann rein. Jace ist aber gar nicht so gut, muss ich sagen. Naja, wurscht. Jetzt haben wir den Udi schon zwei Mal gekaut. Das wird ihn mir hoffentlich ein bisschen stören. Hm. Bisschen. Okay. Ich habe sogar einen Red Buff. Lol, ja. Da hast du natürlich Kneid noch einen in dem Udi, oder? Ja, sicher, ja. Ist gezeichnet. Ja, ja. Okay, der Jace ist sechs. Naja. Uh, Brugge, ja. Aufpassen. Ja, ja. Soll man versuchen anzugehen, na, oder? Schlecht jetzt. Ja. Neun. Ja, ich war halt einfach im PC. Du willst jetzt gescheiter machen, wenn nicht, dass der dann wieder der Weisgehen also nicht reinrennt dann. Es ist top. So, stun is ready. Bam. Ah, fuck. Ja. Ja. Hast du Ult schon? Na. Oh Gott, ums Arschlecken jetzt, oder was? Jetzt kommt er sicher gleich weg. Hab ich Kneid? Ja, nice, Mopsi, nice. Du weißt, John. Ich hab keine Kneid noch. Ich hab keine Kneid. Ich bin Chang, ja. Ach Gott, ja, ich bräuchte. Ach Gott, ja, da hast du ja. Da hast du erst mal Blink-Hit. So, ich mach jetzt, ich mach jetzt Wolves und warte ich auf dich. Ich geb der Blue und dann gehst du. Es ist Jace, gell? Noch immer. Oh, jetzt hat er den Pinken gestellt. Ah, Fizz vergewaltigt mich da ganz schön. Ja, wenn ich Level 6 hab, kann ich eh regelmäßiger kommen. Top ist Reh. Wenn ich Level 6 hab, kann ich auch reduzieren. Da muss mich dann nicht sagen. Das Blue ist ab, gell? Nur so zur Info. Ja, das geb ich ihm gleich. Das geb ich ihm gleich. So, komm, jetzt gehen wir zum Blue für dich und dann geh ich zurück. Ja, ich bräuchte noch die Lane. Dann bräuchte ich mir Hard of Gold. Ja, ich hab mir die feindlichen Raves genommen. Udo ist da. Udo hier gesichtet. Oh, ich geh zurück. Jetzt hab ich schon Arschlecken. Okay. Ich pass auf. Martin, hast du gehört? Ich hab schon Ultimate, jetzt geht's schon besser. Also hau dich nicht rein. Ausgezeichnet, ja. Wie gesagt, wenn ich mal Ultimate jetzt nachher hab, dann geht's von mir auch besser. Mach ein Level, damit ich den Star ein zweites Mal skillen kann, sonst bringt der Gank eigentlich nix. Ich muss jetzt dann unbedingt einmal zurückleiten, gell? Ich brauche auch Hard of Gold und dann schon mal weiter. Ja, passt. Dann werden wir, glaube ich, erst einmal Top gehen, oder? Ist, ist, glaube ich, wichtiger. Ja, ich komm dabei jetzt gut zurecht, eigentlich. Ja, da haben wir, dann ist Mitte. Dann Bots. Ja. Ach, ich hab nicht geschrieben, wann sie den Wards hingestellt haben. Ich komm trotzdem zum Halb-Top. Ja, ich hab aber leider keine Ulti mehr. U-Dür ist raus. Der Fizz hat sich sicher zurückgetailt. Okay, ja. Dafür vergewaltigt jetzt ein U-Dür. Ja, nice, nice, nice. Ja, passt schon. Sehr gut. Ich helfe dir hier. Ich helfe dir hier. Genau. U-Dür. Also, ich bin noch ein bisschen da, du nicht so stark pushen, du nicht so stark pushen. Und flash ich mich rein und, und ihm. Ich glaub so, natürlich. 3, 2, 1. Geht schon. Geht schon. Ach Gott. Er hat mich schlafen. Er hat nur noch einen, wo er einen reinstellen. Er hat zwei Boots, das war schlecht jetzt. Das war schade. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ulti sind aber noch immer 33 Sekunden, gell? Es könnte aber sein, dass der U-Dür bei uns im Bus steht. Nein, U-Dür ist gerade... Ach Gott. Pascha, geht zurück, geht zurück, geht zurück. Ach so, nicht die Feen, aber... Bochtest Alt? Nein, gell? Nein, nein, nein. Gut, dann hol ich jetzt mal unseren Raid. Warte ich rein. Ah, ich werd zurückgehen. Jetzt, jetzt, komm. Achtung, Fies kommt auch unter, Fies kommt auch unter, passt auf. Fies ist gleich da, rennt's zurück, rennt's zurück, rennt's zurück. Es ist geholt durch den Tag, mit dem dann geht's zurück.